Nutze Ticketautomat. So, London waren wir. Kathmandu war der Vogel, glaube ich. Kinshasa Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Klick. Ein angenehm Flug später. Was? Ich glaube, im Kinshasa waren wir schon, in Nepal waren wir noch nicht. Wenn wir jetzt gleich wieder bei dem Vogel rauskommen, habe ich einfach nur tierisch viel Geld verballert. Einmal für den Flug nach Kairo. Was zur Hölle? Okay, hier waren wir definitiv noch nicht. Ähm, ist das dann Dinosaurierknauer? Nein. Visa-Kartenzeichen? Please, Schild. Zahlen Sie mit Cashcard. Please, Schild. Der Doktor ist hier. Okay, öffne die Tür. Hallo, hallo. Was kann ich für dich tun? Haja, keine Ahnung. Wir brauchen nur irgendein Ding, um zwei Kristalle zusammenzuschmelzen. Können wir irgendwas von dir klauen? Diplom, Diplom. Golfschläger. Nimm einen Golfschläger. Ich rühre dich lieber nicht an. Der Doktor könnte böse werden. Äh. Wir haben auch einen Golfschläger. G-Golfschläger. Zu Schamana. Ein goldener Boar-Sandwich. Der fehlte noch in meiner Sammlung. Okay. Wir brauchen einen Blitzableiter. Komm mit, mein Freund. Was? Wir werden den heiligen Tanz zeigen, den uns die Altväter beibrachten. Okay. Pass genau auf. Es heißt, er öffnet die Tür zum Kopf. Äh, zum Mars-Gesicht. Ja. Und das wird jetzt die Kombination sein, die ich rausgefunden hatte. Durch einfach villasloses Klicken. Also, wahlloses Klicken oder uraltes Unterbewusstsein. Ja. Feuer ist an. Okay. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Ja, so habe ich auch gedrückt. Das ist eine sehr billige Kombination. Ich bin einfach von rechts nach links immer wieder hin und her gegangen. Nächstes Mal kostet das was. Ja. Okay. Und bring den gelben Kristall mit. Was? Was? Öffne Tür. Warum? Hallo, hallo. Äh. Gib. Blauen Kristall zu Schamana. Das ist nicht meine Abteilung. Geh zu meinem Freund, dem Guru. Guru. Okay. Okay. Also normalerweise hätte man sich hier den Tanz aufschreiben müssen. Damit hätte man dann auf Mars-Gesicht oben die Tür öffnen können. Und dann, ja. Das in dem gelben Kristall verstehe ich jetzt nicht. Ich will die Einwohner nicht stören. Ich will die Einwohner nicht stören. Hier ist der Dschungel. Okay. Wobei das jetzt auch wieder eine Sache ist, die wir nicht hätten machen müssen. Also wir merken uns. Zaire ist der Schamana mit dem Golfschläger. Nepal ist wahrscheinlich der Vogel. Ähm. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Was hat unsere Cashcard? Cashcard. Lease Cashcard. Lease Cashcard. 7.200. Ja. Also so 10 Flüge haben wir noch drin. Dann so Pleite. Kathmandu Nepal. Da. Oder weniger, wenn wir so teure Dinger nehmen. Einen angenehmen Flug später. Für 1.400 Dollar ist der auch verdammt nochmal angenehm. Ich will jetzt nur überprüfen. Ob. Nee. Hier ist kein Vogel. Okay. Nepal ist also richtig. Ähm. Ich überlege, ob ich jetzt den Speicherstand weiterspielen soll oder nicht. Weil Lease Cashcard. 5.800 nur noch. Hä? Nee. Ich spiele das weiter. Das ist ja noch kein Problem. Ist alles okay. Also. Wir müssen jetzt hier irgendwas finden. mit dem wir in Stonehenge das Ding da. Wo bist denn du? Äh. Öffne die Tür. Ja. Nur Anhänger des Gurus dürfen rein. Oh. Sehr schön. Der Schamane macht doch gerade, wir sollen mit seinem Freund, dem Guru sprechen. Der Freund, der zufälligerweise 20.000 Kilometer von ihm entfernt wohnt. Die sehen sich jeden Sonntag zum Kaffeekränzchen. Ich habe keine Ahnung. Was ist zur Hölle? Gib. Gib Buch. Haben wir das Buch noch? Ja. Gib Buch zu. Wächter. Oh, du bist ein Anhänger des Gurus. Ja, ich kann krumm stanzen. Siehst du? Okay. Du darfst eintreten. Lies. Flugblatt. Kauf das Buch, wie du dein Selbstbewusstsein hebst und die Golfpunktzahl senkst. Haben wir schon. Lies. Zertifikat. Verleihen von Swami Holland Wanda. Für den Weltrekord von 19 Schlägen auf dem Kurs von Pebble Beach. Mhm. Lies. Bosskarte. Ein Bild von meinem Freund, dem Hexendoktor und dem Guru beim Golfspielen. Okay. Ah. Du fliegst. Hallo. Hallo. Ich rieche böses Karma. Du musst warten, bis es verflogen ist. Geh nicht weg. Äh. Äh. Böses Karma. Wir haben eine Menge Unsinn gebaut. Ja, aber was haben wir gemacht? Öffne Statue. Scheint nicht aufzugehen. Äh. Was ist? Statue. Guru ist gar nicht da. Wir können jetzt mit ihm machen. Wir können Tröte jetzt blasen. Aber ich glaube, es ist ein irgendwie unpassender Zeitpunkt, um die... Ah, wir können die Nasenbrille in Hupen abnehmen. Nimm ab. Nimm ab. Nasenbrille. Nimm ab. Hut. Jetzt? Benutzt du die Statue? Klappt so nicht. Wie rede ich jetzt mit dem Guru wieder? Ich gehe mal kurz raus und wieder rein. So. Ganz raus und wieder rein. Wird so komisch, dass ich ihn hier ansprechen kann. Hm. Okay. Einmal raus. So, den Taucheranzug vielleicht auch ausziehen. Äh. Da. Nimm ab. Taucheranzug. So. Geh wieder rein. Geh wieder da hinten hin. Vielleicht habe ich kein böses Karma, wenn ich keinen Taucheranzug anhab. Ach so, er riecht. Das ist das Geräusch, was gerade kommt. Schnief, 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 schnief. Ich rieche böses Karma. Du musst warten, bis es verflogen ist. Geh nicht weg. Okay. Okay. Ich stelle mich jetzt mal neben dich. Nicht vor, ich will mich neben dich stellen. So. Pixel Movement. So. Ich stehe jetzt neben dir. Starr auf die Statue und warte einfach. Wir haben ja gemerkt, dass das Spiel einen Timer hat, der im Hintergrund läuft. Sonst würde das mit der Bahn nicht funktionieren. Und das würde mit dem Sauerstoff nicht funktionieren. Und so weiter. Vielleicht müssen wir jetzt einfach nur warten. Das heißt, ich mache jetzt einen kleinen Cut und warte fünf Minuten. Also bis gleich. Du hast die Sünden abgelegt und den blauen Kristall bei dir. Ja, haben wir. Ich werde dir seine Bedeutung lehren. Oh, sehr schön. Es wird dir ermöglichen, dein Geist einem Tier zu übertragen. Oh, das macht der blaue. Ich dachte, das macht der gelbe. Konzentriere dich. Eine Stunde später. Dann schmockst du mir eine Prise Knoblauch in Jackbutter an. Eine Stunde. Zwei Stunden später. Und da sagt er, das war keine Lady. Das war meine Frau. Hahaha. Kapiert? Drei Stunden später. Aber es klappt nur, wenn du in Kontakt mit der Erde bist. Nun tue etwas Gutes. Okay. Also ich kann mich jetzt in Tiere verwandeln. Also hineinversetzen. Heißt, wir können jetzt zum Vogel. Ist hier noch irgendwas? Wir brauchen immer noch ein Ding, um Heu. Hm. Wir wollen bestimmt anzünden. Er hat gesagt, tu was Gutes. Ja, nee. Wir wollen jetzt was Gutes tun. Wir wollen kein Heu anzünden. Wir wollen den blauen Kristall ausprobieren. Komm. Benutze blauer Kristall mit Jack. Und flop. Und wir sind Jack. Zu Säck. Kaue. Nomnom. Kaue. Nomnom. Was? Ja, also man kann ja nicht wirklich viel machen. Ich hoffe, wenn wir beim Vogel kommen, wir jetzt irgendwo hinfliegen. Ne, da kommt nichts mehr. Okay. Zu Säck. Uff. Das war vielleicht ein Erlebnis. Mhm. Zack. Schwatzt mit dem Jack. Sehr schön. Oh. Das da sieht doch genauso aus, wenn wir es brauchen würden. Nimm Fahnenmast. Haltet ihn die. Du kommst sofort mit. Okay, es war vielleicht nicht so intelligent, den Fahnenmast direkt vor einer Polizeiwache zu klauen. Mach es dir gemütlich, denn du wirst länger hierbleiben. Ich nehme deine Habseligkeiten. Ich lasse dir das Feuerzeug, falls du rauchen willst. Ähm, wir rauchen nicht. Crunch, crunch. Da ist ein Schlüssel. Jo, ich würde mal sagen, wir wechseln mal zu Enden. Was machst du jetzt wieder drin? Hm, okay. Wechsel zu Annie. Oh. Annie ist noch ein Stonehenge. Papa schläft immer noch. Geh mal zum Flughafen. Dann fliegst du nach Nepal. Benutze Ticketautomat. Kathmandu, Nepal. Richtig? Ja, Schweineteuer. Schweineteuer ist richtig. Ja. Angenehm Flug später. Dann gehst du jetzt zu Zack, holst dir das Feuerzeug, zündest den Strohballen an, schnappst dir den Schlüssel. Du klaust jetzt nicht den Fahnenmast. Das wäre Gamebreaking. Au. Öffne, öffne. Wo ist das Artefakt? Du willst nicht reden, selbst schuld. Nein. Ich glaube, wir haben das Spiegel jetzt verhunzt, weil keiner mehr Zack befreien kann. Ach du... Bis bald. Ich halte den Lärm nicht mehr aus. Es ist so viel lauter hier drin. Ja, es ist bei uns schon laut. Oh, ich verliere meine Möglichkeiten, Sachen zu tun. Ich verdumme halt. Ja, sehr schön. Ich hoffe, die lassen uns dann raus. Weil sonst ist sie gefangen und Zack gefangen und die Mädels sind auf dem Mars und wir müssen wieder neu laden. Was eigentlich nicht so schlimm wäre, weil dann müssten wir nur die Kristallscherbe neu holen und könnten dann direkt die Kristallscherbe neu holen. Nach Nepal. Würden wir ein bisschen Geld sparen, aber naja, mal gucken. Ich glaube, sie lassen uns raus. Ey, ja. Ich erinnere mich dran. Man kam raus und musste eine ganze Weile warten, bis man alle Kommandos wieder hatte. Das ist okay. Oh. Ja. Komm schauen.